Den dritten Preis des Wettbewerbs Kooperation konkret erhält die beeindruckende Kooperation des Kreismuseums Zons mit der Friedrich-von-Saarwerden-Schule in Dormagen. Unter dem Titel Rheinschätze – Eine Ausstellung von Kindern für kleine und große Besucher fördert sie die ästhetischen Kompetenzen von Grundschülern. Aus Fundstücken vom Rheinufer schufen die Kinder Kunstwerke. Dabei spielten auch Aspekte wie historische Bezüge oder Umweltverschmutzung eine Rolle. Anschließend führten die Kinder eine Ausstellung von Anfang bis Ende selbst durch. Sie konzipierten, sie bestückten Vitrinen, sie beschrifteten Objekte, sie organisierten den Abbau und vieles mehr. So lernten sie die vielfältigen Arbeitsbereiche und Arbeitsweisen eines Museums kennen. Die Jury urteilt Das Konzept Rheinschätze fördert umfassend sowohl rezeptive als auch produktive ästhetische Kompetenzen. Das Schaffen eigener Kunstwerke und deren öffentlichkeitswirksame Ausstellung baut Schwellen zwischen Museum und kindlichem Erfahrungsraum ab. Äußerst kreativ werden der Rhein und sein Strandgut in den ästhetischen Gestaltungsprozess einbezogen. Ein rundum gelungenes Konzept. Die Jury urteilt